Ihr Lieben zwei, ihr seid gerade frisch Wirbelsäulen begradigt und wie geht's euch? Also ich glaube, mir sieht man das an. Ich fühle mich so viel leichter, ich bin so beeindruckt und berührt davon, dass ich gar nicht weiß, wie ich gerade... Ich kann nur Danke, Danke, Danke sagen, vielen Dank. Ich könnte tanzen, ich fühle mich so lebendig und endlich habe ich das Gefühl wieder, leicht zu sein, schmerzlos, schmerzfrei. Ich habe keine Blockaden mehr, ich spüre keine Blockaden, ich schwöre es euch, mein Gott. Vielen Dank. Ich hatte vier Zentimeter Längenunterschied zwischen dem rechten und dem linken Bein und tatsächlich, der Unterschied ist weg nach der Behandlung und ich fühle mich einfach klasse und erleichtert und sehr, sehr leicht und ich hoffe, wünsche mir, dass es auch lange, lange so bleibt. Vielen Dank und du hast eben noch erzählt, dass deine Rückenschmerzen besser sind. Ja, das ist auch so, ich hatte Nackenschmerzen, auch im Nettenbibbelbereich Schmerzen und durch die Behandlung habe ich direkt gemerkt, wie alles so leicht und so weich wird und das hat echt gut getan. Vielen Dank, ihr zwei. Gerne. Dann kann ich euch nur Gesundheit wünschen, danke. Dankeschön. Danke.